Steve, ich kenne dich jetzt ein paar Jahre. Mit so einem Verein habe ich dich hier noch nie aufkreuzen sehen. Keine Sorge, mit den Leutchen traf ich den ruhigen Weg da gerade. Das war auch nicht nach dummen Scherzen zumute. Letzte Woche hatten wir jede Menge komische Unfälle. Was ist denn los, Sandy? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war eine ganze Sippe. Ach so, kein Theater. Das waren Rappen. Diese Rappen müssen verrückt geworden sein. Was ist denn los, Sandy? Was ist denn los, Sandy? Was ist denn los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.